Berlin Helikopter Berlin Helikopter bietet exklusive Rundflüge über Berlin und dem brandenburgischen Umland an. Die gehen von ungefähr 15 Minuten bis zu einer halben Stunde Flugzeit. Zum Beispiel bei den Berlin City, was unser beliebtester Rundflug ist, geht es dann einmal direkt um den Fernsehturm durch die Berliner City. Wir fliegen bei dem Berlin City mit unserer neuen Airbus Eurocopter EC 130 B4 mit einer 847 PS Turbine, einem ungefähren Rotordurchmesser von 10,5 Metern. Ich fliege seit ungefähr 8 Jahren Hubschrauber und ich begeister mich immer noch sehr für meinen Beruf. Besonders die Kunden, die verschiedenen Persönlichkeiten, die man dann dabei kennenlernt, begeistern. Die Kunden kommen hier dann beim Hubschrauber an. Es gibt noch eine kleine Sicherheitseinweisung und dann geht es auch schon los in die Luft und direkt nach Berlin. Da ist man direkt drüber, Treptower Park, die Oberbaumbrücke, Museumsinsel, Gendarmenmarkt, Brandenburger Tor, Reichstag und über das Tempelhoferfeld geht es dann wieder zurück Richtung BER. Es war mega, mega spannend und durch den Wind auch ein bisschen wackelig. Du musst nicht erst zur Startbahn rollen, sondern du hebst ab und fliegst weg. Also alleine das macht Spaß. Du hast halt überall den Blick nach draußen, du kannst links und rechts gerade zusehen. Und ja, einfach Berlin von oben zu sehen ist einmalig. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020